Es geht weiter mit unserer Herbstschale. So, ich habe das Ganze auf so einen Eimer gestellt. Kann man gar nicht sehen. So, mit dem Ballon zusammen. So, jetzt lassen wir da mal die Luft drauf. Huh! So, das ist dann so die fertige Schale. Gucken. Ein bisschen. Jetzt kann man es besser erkennen. So, eine schöne Dekoschale. Könnt ihr das auf den Tisch stellen und ein paar Sachen reinlegen. Ich habe noch eine Idee und zwar könnt ihr das auch als Lampe benutzen oder als Deko irgendwo hinhängen. Dann müsst ihr einfach unten am Boden ein kleines Loch reinmachen mit der Schere. Dann nehmt ihr euch Faden. und decke einen Faden so. Wolle habe ich hier. Und zieht es durch die Mitte durch. Mit einer Hekelnadel kann man das machen. und den Faden holen. Und von innen macht ihr einen dicken Knoten rein. Und dann zieht das Ganze langsam durch und könnte es dann irgendwo als Deko auch hinhängen. Herbstdeko. Das ist auch eine tolle Idee. Wenn ihr seht, wenn einige Blätter nicht kleben, könnt ihr ja mit einem Heißkleber ein bisschen nachkleben. Viel Spaß am Nachmachen. Und dann